Riesenapplaus für euch. Dann kommen wir hier zurück in den Popsix. Dann gibt's noch mal 5 Pops da. Dann gibt's die Awards. Und dann dürfen die Jungs endlich mal ein Eis essen gehen. Jetzt gibt's eigentlich wieder ein bisschen Augen-Candy. Ja. Eye-Candy. Ich glaube, ich brauch noch ein bisschen Dennis. Ich seh noch gar nix. Ansonsten müssen wir unsere Bikinis anziehen. Ja.